Willkommen bei MiWeberTV. Heute stellen wir euch ein neues Produkt vor und zwar ein original lizenziertes BMW-Polizei-Motorrad für die Kids. Super cooles Teil, haben wir schon vorne in der Ausstellung stehen. Wir zeigen es aber hier nochmal mit dem Unboxing- und Unpacking-Video und wünschen euch viel Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da und natürlich ein Abo. Bis gleich. So, willkommen zurück. Als erstes schauen wir uns mal den Karton an. Stabil, wie Kartons halt so sind. Es gibt nicht viel darüber zu sagen. Gut verpackt, alles schön stabil und kein Problem, dass da irgendwie ein Teil rausschaut und fangen wir mal an, das aufzumachen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir haben das Motorrad hier, Teile schon ausgepackt, unter anderem haben wir die beiden Koffer für Links- und Rechtsmontage, eine Rundum-Kennleuchte, wird auch RKL genannt, das Cockpit, Chromleisten, Rücklicht, Rückstrahler, Rücksitz, Trittbretter mit Gaspetal, dann Stützräder, Schraubensets, ist in jedem Teil fest montiert, fest eingeschweißt und natürlich das Hauptgerät, das Motorrad. In den Koffern nicht zu vergessen sind noch diverse Anbauteile, die leuchten für das Cockpit und Chromzieherleisten auch für das Cockpit und in diesem Koffer ebenso, Gasgriff, Chromblende für hinten, das müsste das Ladegerät sein, ja Ladegerät und weitere Chromleisten, also nicht gleich erschrecken, alles in den Koffern. So, jetzt kommt unser Werkstattmeister und baut euch das Motorrad auf und wir wünschen euch viel Spaß, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.